Hallöchen, da sind wir wieder in Ace of Space. Mit mir dabei ist der liebe Killer Cakes. Guten Tag, liebe Freunde. Und ja, ich werde mir vornehmen, dann auch mal bald Aufnahmen zu machen, weil es ja so witzig ist. Und ja, hier wollte ich ja nicht. So. Wow, erzähl nicht so viel. Bloß, weil es bei mir leckt, du, sauer. Ja, genau. Bloß, weil ich gesehen habe, wo du hingesprungen bist, du Honk. Also wir spielen hier auf einer abonnierten Karte. Wie hieß die nochmal? Irgendwas mit Gorilla. Gorilla Warface oder irgend sowas war das. Also, falls ihr Steam habt, könnt ihr da nachgucken. Und natürlich auch Ace of Space, weil ohne wäre das ja ein bisschen unbrauchbar. Alter, die Karte ist aber richtig geil. Und ich bin auch am überlegen, ob ich lauter ins Mikro reinschreie, damit ihr mich hört. Ne, ich habe das ein bisschen umgeändert. Ich benutze jetzt meine Handy-Kopfhörer. Die verstärken das nicht so wie die ganz normalen, deswegen kann ich ein bisschen lauter machen. Achso, also hört man jetzt jetzt mich besser, oder was? Ja, nicht so. Scheiße! Okay. Ich bin vom Gefallen. Ja, ja, jetzt kommt es an. Bist du lange gefallen, oder wie? Ich bin auf so einen komischen Punkt drauf gef... gef... gefogen. Alter, ich komme hier nicht mehr weg, da wo ich dich gerade abgeschossen habe. Ich laufe hier gerade die ganze Zeit im Kreis. Achso, du bist da immer noch. Nein! Ich komme! Ich baue mir jetzt hier eine Treppe, Baumfarben. Wieso kommt es da nicht rein? Nicht schon wieder, Batsch! Macht Spaß! Jetzt sag ich... den richtigen Weg, hoffentlich zu dir. Jetzt bin ich da gerade rausgegangen. Jetzt verstecke ich mich schnell hier. Oh, da, ich sehe dich. Und ich schieße daneben, natürlich. Du triffst mich niemals. Eines Tages. Alter, diese Stege hätten sie auch mal ein bisschen breiter machen können. Wo warst denn du? Ich wusste... Ich habe gedacht... Nicht mal gedacht, dass du das bist. Ich habe gedacht, das wäre... Am Anfang, das wäre eine Kiste. Eine Kiste. Ich habe einfach mal draufgeschossen und... Schon wieder! Jetzt gleich oben links. Jetzt hingucken. Genau. Richtig geil zur Anzeige. Du warst in meiner Base, du Honk. Habe ich ganz genau gesehen. Ah nein, das ist natürlich nicht meine Base. Verdammt. Fuck! Ich rede mich jetzt hier noch dumm und dämlich. Ja. Das machst du. Naja. Dafür bin ich ja hier. Arschloch! Ey, was denn? Ich habe doch gerade gemacht. Alter! Komm her. Geh die nächste Brücke entlang. Da wartet eine Überraschung auf dich. Alles klar. Welche Brücke? Die da. Fuck. Wieso ist da gleich eine Mine explodiert? Keine Ahnung. Ich habe da keine hingelegt. Ich bin gespawnt oder war es instant eine Mine? Da bin ich instant hochgeflogen. Krass, wir hätten die da hingelegt. Du. Nein. Oh. Ja, da bückt er sich auch noch. Kleiner. Ups, Alter. Ich drücke gerade immer die ganz falschen Tasten. Das ist ja geil hier. Ey, hier ist... Ich kann das ja mal kurz sagen. Hier sind so Treppen im Baum. Da kannst du auf die nächsten untergelegenen Plattformen... Kein Ernst. Jetzt mal mich kurz mal nicht angreifen, ne. Ich möchte es mir mal selber angucken. Sogar mehrere, oder? Ja, mehrere sogar. Das ist ganz nice. Autsch. Hier auf dem mittleren großen Turm, da, zwischen unseren Bases. Basies. Ihr wollt das Spiel außerdem nicht von meiner Sicht her sehen, weil es laggt. Also, es ruckelt für die, die nicht wissen, was Laggen heißt. Ähm. Welches Laggen meinst du? Scheiß. Komm mal her. Nicht schießen. Nein, nicht schießen. Ich will dir ja zeigen, die Treppe. Als Maul. Mies. Ja, komm mal hier in die Mitte. Da sind die Treppen. Nach unten. Kommst du? Wo bist du nun? Na. Auf dem gleichen Steg wie gerade. Nur zu dem mittleren Baum gegangen. Ich komme jetzt gerade zu dir. Du hast dich hier ein bisschen eingebaut. Sehe ich. Halleluja. Mal. Dein Ernst. Ja. Mein Ernst. War ja klar. Warte mal, ich hefte mal ein bisschen. Bist du denn? Ich bin hinter den Dingen. Ja, dann kommen wir ja wieder durch. Warte, nein, nicht, nicht, nein, nein, nein. Jetzt kommen wir einfach mal hier hin. Yeah. Mit dem Revolver. Ja. Okay. Jetzt, dann zeige ich dir das eben nicht. So. Okay. Dann halt nicht. Du brauchst dich aber auch nicht gemobbt führen, ne? Doch. Ich hab's dir erst hundertmal gesagt, dass du dich nicht gemobbt führen brauchst. Doch. Ich... Wo ist dieser Juri? Hey, Juri? Ja, du bist ein Juri. Ja, du bist ein Juri. Achso, ja. Ja, Juri. Ja, 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 ja. Verstanden. Moin! Alter, jetzt wollte ich dich jetzt abschießen und du sprichst runter. Boah, wie mies ist das denn? Aber ich lebe noch. Ja, du bist auf die nächste Plattform gefallen. Das wusste du erst mal können, mein Freund. Yeah! Du schießt zweimal daneben. Ich guck so um mich, ne? Na, hier, die Treppe runtergehen. La, 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 la. I jump. Äh. Okay, ich geh jetzt auch die Treppe runter. Alles klar. Wichser. Du wolltest die Treppe runterkommen. Dann komm doch auch, ey. Wo bleibst du denn? Mal gucken, ob ich das überlebe. Nein. Überlebe ich nicht. Oh, ist aber traurig. Ich weiß, dass du da hinten irgendwo campst. Ich camp hier nicht. Du doch nicht. Hm-mm. Ich nicht. Du bist ein ganz braues Etwas. Genau. Ein Camper-Schwein will nie alleine sein. Guten Tag. Hallo! Mensch, ich hab gedacht, du gehst die Treppen runter. Nein. Tschüss. Wie geil. Nope. Oh, da muss ich grad husten. Ei, ei, ei. Hallo. Ey. Ich schweine. Ich schweine Richtung. Ja, jetzt komm mal die Treppe runter. Such die mal. Ich hasse es. Okay, ja, Kinders, ey. Einfach zu unfähig. Oh, das ist ja gar nicht. Nein, das bin ich gar nicht. Hm, auch gut. Da hast du. Oh. Da habe ich meine Miene hingelegt. Auf die du eigentlich drauflaufen solltest. Mach mal mal die anderen abonnierten Maps. Ja, lass sie noch ein bisschen. Dabei bin ich gerade ausgegangen. Ah, du Honk, ey. Also, wir haben ja bis jetzt nur oben gesehen. Ich gehe jetzt noch eben hier runter. Damit man das ja mal auch sieht, wie das von unten aussieht. Also, von oben ist das wirklich echt geil. Richtig geiles Snapper-Paradies. Erinnert mich so ein bisschen an Star Wars da, wo die, wie heißen die komischen? Plüsch-Teddies. Plüsch-Teddies? Äh, du meinst die Evox. Nein. Genau, genau, ja. Da diese, quasi so wie diese Bäume da sind. So ist das. Ja, du hast dich jetzt auch blau angeschlossen. Sehr schlau. Äh. Äh, ich meine diese Chewbacca's da. Nee, Chewbacca's, das ist doch hier, äh, Chewie. Ich dachte, du meinst das mit Plüsch-Teddies. Nee, nee, du hast schon Evox gesagt, das war richtig. Achso. Also, so ein bisschen ist das hier. Wer das nicht kennt, sollte dich mal, ich glaube, hallo? Folge, ähm, wie viel angucken? Episode 6 ist das, glaube ich. Du meinst von, äh, tödlicher Keks hieß es, oder? Was? Ja, wir haben doch mal eins aufgenommen, ähm. Alter, ich meinte von Star Wars, du Honk. Achso. Alter, ich laufe hier gerade, äh, so einen Baumstamm lang, wo immer nur eine Rand ist und ich bin runtergefallen. Weil die ersten paar Runden gingen. Warte mal, ich zeig euch das mal von unten. Wow. Hehehe. Spaß. Ich wurde aus der Lobby geworfen. Von mir. Das ist aber sehr witzig, weil ich noch auf der Map spiele. Dein Ernst? Mhm. Also kann man auf meinem Stelle sehen, du musst, musst es dir einfach mal angucken. Pff. Hehehe. Ja, ich komm da mal raus und komm da mal in deine Lobby da rein. Das ist ja sehr nett. Und wieso bist du blau? Also da hab ich eine andere, neue schöne Map. Ja, eine neue Map und die zeige ich erst in der nächsten Runde. Wir sehen uns dann bis dahin. Ich verabschiede mich. Und Killerkeks verabschiedet sich, denke ich mal auch. Niemals. Spaß. Okay, also schreibt in die Kommentare, ob euch die Karte gefallen hat. Alter, ich will abmoderieren, ey. Nerv nicht. Okay, also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.